Heute ein bisschen besonders. Im April ist es in meinem Land, es ist schon früh. Ich komme aus Japan, das ist Kimono, die festliche Kostüme. Und ich wollte es, ja, leider besser ist, dass es durchwachsen wird oder so, aber ein bisschen zu früh in der Satmosphäre. Das ist der Anfang. Dann normales Programm. Ich habe ein bisschen unangenehm, so fest. Dankeschön. Das ist der Anfang. Dankeschön. Amen. 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 Amen.